so ich wollte noch mal zippa ausprobieren das ist ja letztes mal zwar in die serie gegangen hat aber nicht so viel gemacht ich hoffe dass man hier mal jetzt ein bisschen mehr von der serie sieht so gewinnplan habt ihr auch mal gesehen fangen wir mal auf 20 cent und hoffen wir mal dass er in die serie reingeht so so und 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 weiter geht's hoffentlich macht er mal eine serie nur um dass wir mal sehen was noch passieren kann das war ja echt etwas kurz das letzte mal und im 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 Das war's. Der Schneider will wohl nix kommen. Der Schneider will wohl nix kommen. Na dann. So, es werden immer pro Hut fünf Kugeln, also fünf Wilds eingefügt. Da wir mit drei Skater starten, kommen jetzt insgesamt 15 Kugeln dazu. Ja, immer fünf, immer pro Walze ein und jetzt quasi drei im Block jeweils. Jetzt brauchen wir Hüte, damit ihr die Serie verlängert und weitere Walze einfügt. So, jetzt haben wir einen Freispiel und wieder fünf weitere Walze bekommen. Jetzt soll ich nur, dass er mal ein paar Hüte noch schmeißt hier. Kleinen Moment noch, das geht gleich weiter. So, und weiter geht's. Oh, schön, ein Hut, eine weitere Verlängerung und wieder fünf Wilds. Jetzt mal so ein paar Hüte werden nicht verkehrt. Oh, jetzt wird's enger, letzte Runde. So, das war auch ein Abo-Wunsch von euch. Chrome 2, ich weiß, das dürfte schon was älter werden. So, das Dumme ist, das sind diese alten Geräte. Ich hoffe, ihr könnt hier alles so erkennen, weil man muss die Kamera hier wirklich so richtig behindert draufhalten, weil er so eine starke Neigung hat. Oh, da klingelt schon, wisst ihr. Ups, ist versehen gedrückt. Ah, 50 Cent, jetzt haben wir ja schon mal ein bisschen was. Ah, direkt hier, wunderbar, so muss es laufen. Jetzt direkt Freispiele werden noch besser. Oh, das Handy kann ich so schlecht halten, das rutscht so aus der Hand. Weil das so schräg die ganze Zeit halt. Okay, also hier auf dem Einsatz will er wohl nicht mehr. Probieren wir es mal eine Stufe früher. Schade. Schade. Das ging echt flott jetzt. Er hat am Anfang was gemacht, er hat nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann, ciao. Also auch ein Wunsch. So, jetzt kommen wir auch mal mit. 10 in die Supplosion, 20 aufs Spiel. Schauen wir mal, was kommt. Oh, schade. So, jetzt muss ich ruhig ein höher sein dürfen. Untertitelung. BR 2018 Ich hoffe, er macht nur eine Serie oder Feature. Untertitelung. BR 2018 So, ich wechsle jetzt einmal bei 10 Euro. Da kommt ja nicht nix hervor. Gut, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann wieder. Ciao.